Hallo, Schritt 18 in unserem Adventskalender zum Aufbau einer Personal Brand für unseren Weihnachtsmann. Lass uns mal gucken, was der 18. Schritt ist. Schritt 18 ist Botschaften und Anlässe finden. Zum Beispiel ein Bericht im Kinderfernsehen. Oder Steve Jobs heuert beim Weihnachtsmann an und designt die Verpackung. Das wäre meine Meldung. Steve Jobs hat einen Job beim Weihnachtsmann. Weiter anders könnte sein, neuer Schlitten ist fertiggestellt. Oder Rudi das Rentier hat Schnupfen und das kurz vor Weihnachten. Oder auch eine Meldung, auch dieses Jahr wieder Geschenke in Bestform. Wie gesagt, aber die beste Meldung ist, Steve Jobs hat einen Job beim Weihnachtsmann. Das gibt immer gute PR. In diesem Sinne, ich wünsche dir was. Bis bald.